Hallo Leute, heute gejoggt, streng nach Trainingsplan, 10 Minuten, 1 Minute laufen, 30 Minuten, 1 Minute, ich meine natürlich gehen und 10 Minuten joggen. Ich finde immer noch nicht den Ausknopf bei meinem Adidas Träger, aber ich habe einen Screenshot gemacht nach diesen 52 Minuten. Es ist so ein Tag früh, ich bin erst jetzt gelaufen, gestern ging Family vor, war mit meiner Tochter im Krankenhaus, meine Mama hat wieder da geschlafen, ja, aber ich bin weiter am Start. Und ich fordere Boris Palmer auf, gegen mich einzutreten, wenn er mit gebrochenem Ellbogen 50 Kilometer Fahrrad fahren in die BG Klinik schafft, wird es wohl mit mir Couch Potato zu 9 Kilometer aufnehmen können. Peace, peace out, eure Peace Friedi.